Äh, hallo und willkommen zurück zu No Man's Sky mit Salome und Syrah. Ich hab grad noch ein bisschen den Mund voll, sorry. Hallo! Ja. So, dann wollen wir mal. Wo hast denn deine Siedlung gefunden? Oh ne, nicht genug Treibstoff. Es wird dahin kommen, wo ich bin. Moment, wo ist denn mein... Wo ist denn meine scheiß Karre? Da. Reicht das für ein Start? Nö, reicht nicht. Danke auch, du Arschlochspiel. Hätte ich in der Vergangenheit nicht ständig immer wieder weggemusst, weil diese dämlich Dreckskarre vor dem Eingang gelandet wäre, hätte ich das Problem jetzt nicht. Dauert bei mir, dauert bei mir noch einen Moment. Ich muss erst, äh, ich muss erst Treibstoff finden. Uh, was ist das denn hier Süßes? Ich will ihn auch sehen. Ich hab den Landeplatz in Anspruch genommen. Ich will auch endlich einen Landeplatz haben. Oh, hier ist ein Typ drin. So, jetzt noch mal. So, wo seid ihr da, Schnuggis? Hm, noch bin ich alleine. Ah, da hinten irgendwo. Das ist mir zu weit weg. Oh, eine Stunde. Hm. Da fliege ich aber raus ins All und mach mal einen super Antrieb dafür. Geht schneller. Ja, hab ich auch gemacht. Weil auf dem Planeten selber ist das ja nicht möglich. Das sind ja ständig irgendwelche... Ja, hier ist eine natürliche Grabstätte fast in der Nähe. Ja. Und eine ist direkt da drunter. Das ist mal hier. Dann gehe ich da direkt mal hin. Jetzt aber. Oh ja, feindlicher Scan entdeckt. Leck mich doch am Arsch, ey. Ach, du hast gerade mich wirklich verglückt, ne? What the fuck? Ich bin noch nicht mal zwei Sekunden hier draußen. Hat wertvolle Fracht gefunden. Leck mich. Ich find solche Schiffe nie an sich. Ja, ja. Ich bin auch gescadet, obwohl ich nicht mehr so weit oben bin. Ich versuche jetzt einfach irgendwie abzuhauen. Verbleibende Piratenschiffe 2, ja toll. Hä? Ein Pulsantrieb möglich. Ja, dann tschüss, ne? Der Frachtabwurf, den ich markiert habe. Da müsst ihr mal hinkommen. Da ist das. Ja, ich musste erst mal abhauen hier. Äh. Ich muss erst mal gucken, wo du bist. Ah, hier. Ich komm einfach mal. Ah, ne, das ist doch der Richtige. Komm einfach mal hier auf deinen Charakter zugesteuert. Boah. So. Ich seh, ich seh, ich seh da vorne, seh da vorne auch Chrissy anfliegen. Oha, das ist ja richtig bergig hier. Ich bin auch gleich da. Mal langsam jetzt so. Yeah. War auch noch nicht drin. So. Einmal daneben. Ha. Da ist auf jeden Fall ein Typ drin. Juhu. Guten Tag. So, jetzt bin ich da. Waffenterminal. Oh. Da kannst du eine Knarre kaufen. Boah. Nein. Zu zwei. Ein bisschen nani. Oh, hier kann man verkaufen. Geil. Ja, hallo. Ja. Technologie-Kaufmann. Hat Baupläne und Interstellar- Ne, herstellbare Technologie sowie Komponenten. Baupläne. Chrissy, brabbel den hier dicht. Teleportempfänger, Neuralsimulator, Wellenform wieder, Schildgitter, Laufbücher und Sagen. Oh nein, ich glaube, ich hab einen Bug. Was denn? Hm, hm. War her. Chrissy, brabbelst du noch mit dem? Ja. Ja. Er hat sich wiederholt, was er gesagt hat, weil irgendjemand ihn angeklickt hat, irgendwie. Komponenten. Oh, ein hermetrisches Siegel. Kannst du jetzt aufhören, mit ihm zu reden, bitte? Oh, da ist ein Kabelbaum. Den gönne ich mir. Steht da schon eine Stunde. Ein Solarspiegel. Resonator-Quantencomputer. Zumal er ja überhaupt nichts sagt, außer, dass man weggehen soll. Oh, Navigationsdaten. Ich kann doch mit denen reden. Beeil dich mal hier. Mach mal hinne hier. Ja, auch mal gucken. Ja, doch, ich bin doch schon weg. Ich glaube, ich kaufe mir das neue Multi-Werkzeug. Das ist aber recht teuer. Ich finde es gut. Ich habe mehr Platz. Was ist da? Nee. Nur so als Info, den Platz, dann kannst du dir bei deiner jetzigen Waffe auch machen. Okay. Okay. Wind. Wenn sich die einer gekauft hat, ist sie weg. Oh, okay. Also die Waffe kann jetzt keiner von uns mehr holen. Nee. Entschuldigung. Alles gut. Hast du auch, wir kriegen irgendwann eine bessere als du. Ja. Vielleicht. Katsache. Sehr gut. Schildkitter. Okay. Alter, wie viel chromatisches Metall habe ich einstecken? Ah, das war's. Das ist der Grund, warum ich diese Piraten angegriffen hatte. Ich hatte, glaube ich, 600 chromatisches Metall oder so. Okay. Deswegen greifen die an. Ja, weil ich habe nämlich die Meldung gekriegt. Wenn du was Wertvolles hast. Ja, weil ich habe wertvolle Fracht an Bord. Hier das chromatische Metall und deswegen wurde ich gescannt. Oder haben die beim Scannen irgendwie entdeckt und greifen mich deswegen jetzt an. Deswegen am besten, wenn man anfängt in den Orbit zu gehen, erst alles leer machen. Deswegen ist das unter Umständen auch nicht gerade ungefährlich, wenn man im Weltall jede Menge Scheiß abbaut. Oh, ich bin gerade erschrocken. Ich kann diesen Typen auch nicht anlabern. Da passiert bei mir nichts. Ich kann mich nicht mehr bewegen und zehn Sekunden später werde ich aus dem Dialog gekickt. Okay. Jetzt geh raus! Häng doch nicht in der Ecke. So, einmal scannen nach Gräbern. Hab ich schon. Oh. Oh, da sind auch noch welche. Oh, das ist ganz in der Nähe. Ich bin dann mal weg, ne? Tschüss. Viel Spaß damit. Guten Tag. Oh, 20 Skelette ausgegraben. Bitte was? Ich habe, ja, es ist so ein Titel freigeschaltet. Ich habe 20 Skelette ausgegraben. Ach, ich wollte gerade sagen, hat sie jetzt da 20 Stück raus. Ja, das wär's. Oh, was sind das für Blumen? Kann ich die scannen? Ach, das ist, ach, das ist irgendein Ding zum Ernten. Gamma-Gras. Da brauche ich den Schutzhandschuh und den habe ich noch nicht fertig. Lauf mir nicht durch den Strahl. Das hätte ich jetzt umbringen müssen, ey. Da hätte ich dich ausgelacht. Und zwar eiskalt. Valumi sagt einfach gar nichts mehr. Chrissi? Hallo? Ja? Alter. Danke, dass du endlich mal antwortest. Entschuldigung. Ich kann das Zeug hier sammeln. Ich habe diesen Handschuh. Ja, okay, dann gönn dir. Magnetisiert das Ferit. Oh, da brauche ich ja eh noch einen Haufen. Könnte ich eigentlich mal ein bisschen sammeln. Oh, was ist denn das? Was ist das denn? Ach, leuchtendes Mineral. Wer damit? Was ist das denn? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ach, tausend Geld. Ja, ich weiß nicht, wie man diese Währung hier nennt. Wie hießen die los? Unit. Units, genau. Tausend Geld. Tausend Geld. Da kriege ich zweimal Geld. Oh, guck mal, da drüben ist der Königsfels. Passt jedenfalls. Er ist ein bisschen abgerutscht. Aber das geil. Oh, da haben wir wieder die Hinsens. So, wo war das? Ach, da hinten. Oh, Sauerstoffblümchen. Lassen wir auch nicht stehen. Wo ist mein Viech da? Wo ist mein Flugzeug? Dein Flugzeug? Ach du Scheiße. Ah, da habe ich wieder irgendwo einen Giftböppel gesehen. Was war das eben? Was war das jetzt? Ich habe genießt. Okay. Gesundheit. Danke. Okay. Faszinierende Teilskelette. Wow. Faszinierend. Oh, noch eine giftige. Gift! Oh, vergrabene Technologie. Was ist schon bei den von mir markierten, ne? Wer? Wer? Frag du mir. Achso. Das, was ich hier geholt habe, das ist schon längst weg, ja. Aber das habe ich schon vor ein paar Minuten geholt. Wie viel habe ich denn da noch? Wie viel habe ich denn da noch? Ich habe da bitte was angezeigt. Ja, wir haben ja schon gelernt, dass das mehrfach gilt. Oh, da hinten ist eine Uranansammlung. So, wo ist eigentlich die Basis von diesem Planeten? Da ist die Goldkarobe. Ziemlich weit weg jetzt. Oh, da haben wir eine Maschinerie. Was ist ein Blitzwerfer? Oh, nee. Ich habe den Blitzwerfer. Hat einer von euch den Blitzwerfer noch drin und hat noch Platz? Ja. Weil ich habe hier ein Modul Stufe S für den Blitzwerfer. Kannst du mir gerne geben. Okay. Halt. Wo bist du denn hin? Wo bist du denn? Du bist doch gar nicht in meiner Nähe. Nee. Siehste, musst du warten. Hallo, warum wählst du denn nicht die Goldkarobe aus? Oh, was ist das? Ach, das hast du markiert? Hilfe. Ich sehe nichts mehr. Oh, hier ist ein Loch. Hi. Hö. Ach, das sind wieder ein paar Schiffe. Hö. Ah! Oh, hier kam gerade so ein angenehmes kleines Lüftchen zum Fenster hinein. Dankeschön, das war das Uran. Hä, wo ist das denn jetzt? Oh, ich hasse es. Hör weg. Danke für nix. Oh, manchmal hasse ich dieses Spiel, ne? Ohne Witz, echt. Wieso war das denn jetzt plötzlich weg? Da, wo ist der Planet? Wo ist jetzt die Goldgrube? Da, meine Fresse, nur eins. Hau ab. Oh, jetzt werde ich angegriffen, ey. Fick dich doch, Spiel, ehrlich. Ich glaube, ich muss mal gucken, ob man diese scheiß Angriffe nicht irgendwie abschalten kann, weil die... Oh, das nervt so hart, ey. Ich wollte gerade landen, ich hab's gerade endlich gefunden, weißt du, jetzt kommen die Arschgeigen um die Ecke. Unfassbar, ey. Ich kriege einfach diesen Alarm bis hier runter, hör. Oh, nein. Ich te relance über die Hände, du verbeinigst. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe dein kleines Dochter noch mal erweitert. Okay. Der Strahlungsschutz geht ja sauschnell runter hier. Okay, ausgeladen. Oh Gott. Mist, das wollte ich nicht. Das ist alles Verriet. Ich brauch Verriet, stopp! Kowu, hör auf! Hey! Kowu! Ich muss mal kurz wieder her, der haut mir gleich mal Rollo runter. Okay. Das kenne ich nicht, das muss ich hauen. Katzen. Das kenne ich nicht, das muss ich jetzt hauen. Ja, oder ich kenne es und ich mag es nicht. Ja. Guck mal da! Und ich sehe nichts. Mhm. Ich sehe auch nicht. Ja. 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 Das war eben ein bisschen witzig, als ich, also was heißt eben vorhin, heute Mittag, als ich wieder nach Hause kam, mit dem neu gekauft noch los. Aha, da musst du die jetzt erkunden. Das sind solche. Nein, das Band, was da runter hängt halt. Mhm. Nee, das war heute Mittag sehr witzig. Also eigentlich war es nicht witzig, aber irgendwie auch schon. Ähm. Die kann man halt am Fenster oben festklippen, sozusagen. Die haben halt so einen kleinen Plastikmechanismus, so festdrücken. Und ich habe das erste rangesetzt und dachte, ja okay, sind ein bisschen klein, ein bisschen kurz. Kannst ja mal zur Lidl fahren nochmal und dann tausche die nochmal um. Just in dem Moment will ich es abnehmen, drücke dran und das eine Teil, das ist so ein, wie bei Kabelbindern. Ja. Kannst das halt so ran, ne. Ich drücke das langsam raus und was macht das? Springt flupp aus dem Fenster. Und weiter? Naja, oben am Rollo. Wenn du das am offenen Fenster oben festmachst. Am Kippfenster. Da war halt ein so ein weißes Teil, also das kann ich schwer erklären. Es ist halt so ein Steckmechanismus. Und den kannst du halt festdrücken, damit es oben am Fenster hält, damit es nicht anbohren muss. Und dieser Steckmechanismus besteht aus zwei Teilen. Und das eine, das kannst du halt rausdrücken, damit das größer oder damit die Grifffläche quasi größer wird. Ach so. Und wenn du es zusammendrückst, dann wird es enger, damit es hält. Und ich habe es halt rausgedrückt, damit es wieder locker wird und dann ist das Teil aus dem Fenster gesprungen. Raus. Yay. Dann konnte ich es leider nicht mehr zurückgeben. Tja, doof. Ja, Mannix. Es ist trotzdem genial. Also es ist hier drin weit weniger warm als sonst. Es war auch heute nicht so heiß. Mal sehen, was morgen kommt. Ja, morgen soll es ja wieder überziehen. Morgen oder am Donnerstag. Morgen soll es bei uns nur 30 werden. Und danach soll es dann wieder abkühlen. Und danach soll es dann wieder abkühlen. Also nochmal knapp 30. Aber dann soll es wieder geben. Morgen soll es 35 bei mir sein. Und am Donnerstag 38. Ach du Scheiße. Die Donnerstag bei uns 32. Aber Regen. Aber mal abwarten. Vielleicht passiert ja doch nichts so wie beim letzten Mal halt auch. Und ich muss dringend in mein Schiff. Hoppala. Schiff, wo bist du? Ach, da kommt es. Da kommt es schon zum Vorschein. Oh Gott sei Dank. Mein Schiff ist nämlich gleich... Äh, mein Schild ist nämlich gleich weg. Ach, das war dringend. That was close. Puls. Ah, da brauche ich Pyrite oder Tritium. Aha. Aha. Nicht gut. Das war schon. Zwei Stück. Jetzt sei mal nicht so enttäuscht. Ja. Nur zwei Stück? Das war schon. Oh mein Gott. Was für ein Reinfall. Drauf wird eine fleischige Wurzel. Ja, dann gönn dir. Denk einfach, es ist Fleischwurst. Was heißt jetzt? Gibt es überhaupt irgendwas, das du magst? Nein. Nicht deswegen. Natürlich meine ich Fleischwurst. Wer keine Fleischwurst mag, der gehört gesteinigt, weil Fleischwurst ist einfach eine stinknormale Wurst. Ja eben. Ich meine, wer nicht gerade Vegetarier oder Veganer ist natürlich, ne? Ja klar, das ist die Ausnahme. Wenn ich beides nicht bin, auch wenn ich mehr vegetarische Sachen esse, bin ich deswegen keiner. Lass dich mal einer gucken, der sieht doch schon besser aus. Im Winter. Voll. Tritium Hypercluster. Oh. Oh Tritium, geil. Damit kann ich gleich mein Schiff, mein Schiff speisen. Scannen mit C, um nach Tritium reichen Asteroiden zu suchen. Hm. 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 Also Munition habe ich erstmal genug. Hm. Ich auch. Was man so alles findet, ne? Hm. Hm. Ich habe auch nicht, was ich hier noch mal verleten. Ich habe mich noch einen Schiff. Ich habe nicht mehr von mir geschreit. Du bist für Leid. Ich habe einen Schiff. Es hat mich noch nicht mehr von mir geschreit. Ich habe nichts anderes. Unabhängig von mir. Ich habe ein Schiff, auch mal eine Schiff. Also habe ich noch nicht mehr von mir geschreit. Ja, da ist noch eins. Man, aus diesen löchrigen Planeten eigentlich noch einen viel löchrigeren Planeten, oder? Ich glaube, ich nenne den Planeten um von Gold, Goldkarube zu Lochkäse. Oder Loch Ness. Leer da mal. Ja. Oh, wir sind bei 35 Minuten. Ja. Okay, dann würde ich sagen, wir sind in der nächsten Folge, geht schon wieder los. Bis jetzt in der nächsten Folge, wieder vielen Dank für's Zuschauen und ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.